In der ersten Ausgabe der exklusiven Gesprächsreihe «The Talk at the Studio» laden Marc Walder, CEO der Ringje AG, und Dr. Philipp Gmür, CEO der Helvetia-Gruppe, ins Ringje Pressehaus ein. Über 70 ladene Gäste folgt die Einladung am Dienstag, 28. März. Sie erleben einen spannenden Talk über die Entwicklung der globalen europäischen und schweizerischen Wirtschaft, Negativzinsen und die aktuellen Herausforderungen in der Geldpolitik. Hochkarätiger Gastreferent bei dieser Premiere ist Thomas Jordan, seit 2012 Chef der Schweizerischen Nationalbank. Das ist der erste Talk at the Studio. Mein Gast heute, Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Herr Jordan, zwei Jahre nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses und der Einführung der Negativzinsen, wie gut hat die schweizerische Wirtschaft diese Situation gemeistert? Die Wirtschaft hat die ganze Situation deutlich besser gemeistert, als viele beobachtet, als sie im Januar 2015 erwartet haben. Wenn ich das sage, muss man aber immer noch sehen, dass es für viele Firmen, insbesondere in der Exportwirtschaft, weiterhin grosse Herausforderungen gibt. Also wir sind noch nicht über dem Berg und viele Firmen kämpfen immer noch mit der schwierigen Währungssituation. Dennoch global zieht die Konjunktur etwas an. Die USA haben auch bereits die Zinsen etwas nach oben angehoben. Wann folgt die SNB? Das wird sicher noch eine Zeit gehen. Wir schauen natürlich, wie die Wirtschaftsentwicklung auch bei uns geht, wie die Inflation sich entwickelt. Und dann wird man sehen, wann der Zeitpunkt für eine Normalisierung der Geldpolitik kommen wird. Das ist sicher noch nicht für heute und morgen. Und man sieht auch in Europa, dort sieht es nicht danach aus, dass die Europäische Zentralbank bereits in diesem Jahr beginnt, die Zinsen zu erhöhen. Das heisst, Sie richten sich nach der Europäischen Zentralbank. Dennoch kann es sein, dass die Zinsen sogar noch tiefer in den Keller rasseln. Ja, das hängt sehr von der Situation ab. Wenn sich die Situation verschlimmen würde, wenn der Druck auf den Franken grösser würde, haben wir immer noch Spieler, um auch die Zinsen weiter zu senken. Aber selbstverständlich machen wir immer eine genaue Güterabwägung, ob das Sinn macht oder nicht. Das bringt mich zur Nachfrage, wenn Sie sagen, wenn das schlimmer würde. Was sind denn so Indikatoren, die zeigen, es wird richtig schlimm? Sind das politische Krisen? Sind das die Wahlen, die jetzt anstehen? Also für uns ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung weltweit, insbesondere natürlich auch in Europa maßgebend. Da ist die Wechselkurssituation maßgebend, die Situation auf den internationalen Finanzmärkten. Diese wird natürlich wiederum sehr stark von der politischen Situation beeinflusst. Also je nachdem, wie die politische Situation sich weiterentwickelt, welche Auswirkungen diese haben wird auf die wirtschaftliche Situation, stellt das für uns eine weniger oder eine schwierigere Situation dar. Das würde bedeuten, wenn die Investoren sich fürchten, dann fliehen wieder alle in den starken Franken und dann haben wir salopp gesagt, wieder eine sehr, sehr schwierige Situation. Genau, das ist möglich. Also wenn eben diese Furcht vorhanden ist, wenn dieser Bedarf nach einem sicheren Hafen wieder grösser wird, dann ist Druck auf den Franken zu erwarten. Lassen Sie mich noch etwas Persönliches fragen. Meine Altersvorsorge jetzt zum Beispiel in Zeiten tiefer Zinsen, wie mache ich das am besten? Wie lege ich denn jetzt mein Geld richtig an? Also wir geben eigentlich nie eine Anlageempfehlung. Aber es ist sehr wichtig, dass jede Person einfach ihre spezielle Situation anschaut. Man muss auch immer real und nominal unterscheiden. Es kann sein, dass die Zinsen tief sind, aber auch die Inflation tief. Und durch das eigentlich die Erträge nicht so schlecht. Aber jede Person muss abschätzen, wie gross ist die Risikofähigkeit und wie lange ist der Horizont, wo man entsprechend anlegen kann. Herzlichen Dank, Thomas Jordan. Herzlichen Dank.